Die Map ist riesengroß und du rennst mir die ganze Zeit hinterher. Ja, wenn ich dich ja erwischen will, ich will dich festhalten. Hilfe, der Gewalttiger. Da ist er kam, wenn jemand so in die Welt geflogen ist. Da ist jemand drin. Nein, ich darf ihn runterwerfen. Weiter. Ich darf ihn runterwerfen. Ich halte dich fest, Altexler. Ich bin aber irgendwo noch der Kinder. Zieh mich wieder hoch, bitte. Das war knapp. Leute, wisst ihr, wie Bock ich auf das Spiel habe? So. Wie geboll. So. Mach mal das. Mit beiden Mauszeugen. Es ist die Eierung der Tiger. Lass meinen Fuß los. Lass meinen Fuß los. Lass meinen Fuß los. Lass meinen Fuß los. Geh weiter. Lass einen Keller aufgezählt. Ja, John Cena. Den, den, den. Nein, das hat er gefallen. Gibt es bei dem Spiel eigentlich irgendeinen Sinn, was man machen muss? Ja, du musst auf Start drücken. Achso. Das ist die ganze Zeit in der Lobby. Achso. Seht ihr das? Nein, ich kriege mir das. Ja. Wir sind alle weiß. Warum bist du Bauarbeiter? Ja, ich bin Eis. Wie er aussieht. Was geht? Superbär, Dickpunch. Der ist doch kein Bauarbeiter. Der ist ein Stier. Guck mal, der pinkelt da rein. Drück mal, drück mal, du die andere Seite. Du bist doch bescheuert aus. Oh, danke. Ich falle. Ich falle. Oh nein. Warum komme ich da nicht hoch? Du musst beide Ding klicken. Beide Maustasten. Dann ziehst du nach oben. Und dann gehst du nach unten. Nein. Hör auf. Hör auf. Ich will das nicht. Ach, das ist... Meine Figur kann twerken. Geil. Guck mal. Lelelelele. Lelelelele. Lelelelelele. Das war meine Hand. Richtig. Was war das denn? Ich wollte mich runterziehen Ich wollte mich runterziehen Nein, ich zieh das hinten Ich hab ja auch noch nie los Muss man wieder alles von vorne machen Wenn man runter geht Nein, ich bin jetzt da wo wir gerade rüber gelaufen sind Basti, danke für den Follower Willkommen bei den Lauchs Ich bin ein Teamstück oder was? Ja, voll kacke oder? Das ist doch so Oh nein Oh Gott, keiner runtergefallen Okay Oh nein, ich komm jetzt nicht Halt mich fest Halt mich fest Zieh mich hoch Scheiße Ihr seid witzig Wo bist du denn? Leute, wir können doch gar nicht anfangen Wieso nicht? Laufest in die Mitte Laufest Und runter Laufest in die Mitte Ich hab dich Halt mich fest Zieh mich hoch Lass los Lass los Zieh uns hoch Oh, das funktioniert Das funktioniert Okay Wurf wir zur Theorie Jetzt zur Praxis Warum springst du runter? Achso Ich wollte hier den Wagen überschieben Nein, lass den Wagen Der ist 3GayGuy Danke für den Follower Willkommen bei den Lauchs Scheiß auf die anderen Oh Mann Pack die Box einfach auf den roten Wagen Ich komm hier nicht weg Die kleine Melina Danke für den Follower Jetzt, genau, presse dich rüber Weiter Push, push Du hast was vergessen zu sagen Was denn? Darf doch auch ein Lauch sein Darf doch auch ein Lauch sein Die kleine Melina Ach ja stimmt Du bist jetzt auch offiziell ein kleiner Lauch So Jetzt gib mir die Kiste Weil auf dem Wagen stehen Gib mir einfach nur die Kiste Lass die anderen beiden da machen Die können nämlich keinen Scheiß bauen jetzt Können sie Können sie Der eine Wie ich versucht hier runter zu tun War so klar So Warte mit dem Wagen Was machst du denn? Dunkle Dunkel Lord Deck Danke für den Follower Was ist denn jetzt los ey? So schnell weg Bei Schwachköpfen Gott am Herd Eins, zwei, drei Danke für deinen Follower Auch du bist jetzt einer Ja vor allem die Steuerung Was geht denn bei dir grad ab? Weiß ich nicht Ich bin ein Horst Ich hab keine Legs Jetzt läufst du alleine durch das Level oder was? Ne, ihr kommt ja nicht hinterher Ja wie denn auch? Nakazu Funboy Danke für deinen Follower Richtig zu fallen muss man auch hoch hinaus Wer guckt mir jetzt das Instructional Video an? Ich Achso Gut dass ich alles höre aber nix sehe Ach man hat Ton in dem Spiel? Leute Was machst du denn du? Ich hab kein Klatschen gesagt 3 1 Danke für deinen Follower Willkommen bei den Lauf Der Leiter reicht aber auch dir ne? Ich bin jetzt echt noch Finde ich auch 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 ichoj Dank uj Finde ich auch Finde ich auch Danke für den Follower Ok auf jeden Fall Ja Du bist jetzt noch Bis zum nächsten Mal.